Sie sind so Paten, die gern Leid quälen und schädieren. 44 Jahre haben Sie gebraucht, bis Sie mich zu dem gemacht haben, was Sie heute sind. Ja? Ja. Brauche, Schwester, bist du ungewollt in Krankenhaus gearbeitet? Wirklich, bist du ungewollt? Das hätte ich nie getan, wenn ich wusste, was im Alter ist. Machst du ja jetzt Scheiße! Selber hätte ich gesagt, wie ich 20 Jahre war. Aber ich habe es nicht gewusst, wie ihr seid. Ich hätte keinen Handstreich gearbeitet. Wenn ich das geernt hätte, gibt man sein Bestes. Ja? Und im Alter kann man verrecken und sich von Chinesen in den Schmied saugen. Und die Juden und die Nazi und das Ausländer-Packat. Stiralisieren lassen. Mein Sohn ist Diplom-Ingenieur Herr Mario Buchstange. Schreibern-Ingenieur, um pillow. Im Internet nachzulesen. Mir gilt der Gräfin Almena. Die fünf Häuser haben Millionen, während ich nichts habe. Zwölf Jahre auf der Strasse. Und der Graf Peter Almena hat alles, der ganze Mondsee gerade innen. Die Wälder, die Felder, während ich zwölf Jahre auf der Strasse bin. Mein Sohn, Herr Diplom-Ingenieur, Mario Buch, bei der Amba, in Wien. Und die Mutter war weg. Das sind diem hier, in Austria. Das ist diem hier. Das ist diem hier. Das ist diem hier. Das ist diem hier. Das ist diem hier des Blas, aber es sind diem hier. Das ist diem hier. Das ist diem hier, aber es sind diem hier. Das ist diem hier. Das ist alles, was sie verwendet hat. Das ist alles, Lola. Gott bless, Lola. Bis zum nächsten Mal.